Ich bin ja so ein Trendsetter im Beleidigen von Leuten, im Mage-Playstyle und so's toff. Boah, was hab ich denn jetzt hier cooles? Guck mal. Oh, das macht alles damage. Wie kriegst du denn das Ding angekommen? Aber ist da cool auch alles. Bam. Da schlägt Scooby zu. Ich hab 83k heal, könnte ich mir machen. Ih, was unsichtbares. Das sind die, die hier früher waren Scooby. Boah, ist das gruselig. Ach nee, das sind die, die wir gerade getötet haben. Das gruselig. Ja, ich fürchte mich. Aber wie, ne? Aber wie? Das ist der Geist, da cool. Und gruselig. Hier, da, 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 da. Siehste? Das ist der Geist von neben der Friere. He, da, da war alles mein. Ja, hier sei sie nicht. Ich seh die encoder. Und ich fürchte mich So, jetzt müssen wir mal Gatterreicha Gabon mann, ne? Auf mir? Was mach ich jetzt? Ah! Tue einfach nichts. Da hast du ein Ding rausgenommen. Ich hab's da gemacht. Das ist nicht Arena. Du kannst ja nicht einfach jetzt dann, wie es dir passt. Hier hast du eine andere Gesellschaft. Guck mal, jetzt wird's gleich tricky. Der macht gleich irgendwann so grüne Bubblen, antimagische Höhlen. Und wenn der castet, dann gehst du da rein. Dann ist allerdings dein Cast-Tempo supergrablich erhöht. Also nicht dein Tempo. Das Tempo ist verrieben. Wann gehe ich da rein? Wenn er castet? Ich dachte das. Genau. In der zweiten Phase sind so Ketten da. Wenn der Tank pullt so ein Mob. Und wenn der Bodyslam macht auf dich, dann musst du in der Nähe von einer Kette stehen. Und da sind ganz viele Ads. Die werde ich dir von live halten. Das liegt. Ich muss auf den Klo. Ich meine, ich habe noch Zeit auf den Klo zu gehen. Nein, der holt noch den Handzeichen. Okay. Ich muss auf die Leute. Okay. Ich muss auf den Klo. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, Scooby, wo bist du? Scooby, Scooby ist nicht hier, mhm, mhm, mhm. Der farmt doch wieder Gier Farmt er wieder Gier Für Aveda Das macht doch jeder Oh Gott Für was? Ich bin da, was passiert? Rutenes Rutenes Rutenes, Mönnes, UU, Cabana 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 Don't vanish Vanish the Oxidation Einfach super gut Das ist Scheme Wow Wow Scheme Wow Wow I play Wow Here we go Here we go Here we go Und wie zum Beispiel passiert, wenn man nicht reingeht. Dem seinen Geist hat man ja schon mal bekämpft, weißt du noch, im Tempo von HK. Und da rein. Ist eigentlich ziemlich witzig, dass man den Ännis so sieht, die Barsche. Das ist alles nur so wie mit Arthas. Das heißt, wenn man so kleine geklingelt wird. Aha. Dann wieder rein. Bühne mal drinnen. Der ist weg. Warum ist der weg? Der war einfach weg, plötzlich blum. Was macht man da? Jetzt haben wir ein Problem. Oh, da ist noch was viel größeres hinter ihm. Oh, er ist wieder da, er ist wieder da. Sag mir an. Sag mir an. Der ist zur Kette. Nice go, du hast richtig gemacht. Danke. Das Ziel von den DBS ist, jetzt nehme ich diese Kettens, den Jungen. Oh, gut. Jetzt sind wir eigentlich auf der Seite von HAL. HAL oder gegen ihn. Ich bin mir nicht sicher. Das hier sieht man wieder den Hunter, der es verkölkt hat. schon. Ich habe jetzt schon mal den Kettens. Ich habe jetzt schon mal den Kettens. Ich habe jetzt. weg von wie geht es voran zweite Kette ist gerade dran So. Stunning. Was muss ich in der dritten Phase beachten? Schrieb keine dritte. Oh, das war's schon? Guck mal, wir werden ihn befreit. Oh, er ist scheinbar doch nicht so ganz wohlgemut mit uns. Die Quest kann man auch, glaube ich, jede Woche wieder machen, wenn nicht sogar jeden Tag, ich weiß nicht genau. Wie kommen wir über die Brücke? Ja? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oder? Du lässt mich hier nicht raus. Warum hast du dich nicht raus und wieder reingefordert? Wir waren im Kampf gegen einen She-Hunter, da ging es nicht. Ach, der andere... ...Hunter hat. Boah, feierlich. Ich habe irgendwie nicht alle Quests ge... Fertig. Toiletti, ich freue mich, was da bei diesen Archäologie-Quests rauskommt. Das freu ich mich auch. Steinfunk... ...Untersucht den Hort des Wahnsinns. Hat auch keiner gemacht. Oh mein, jetzt muss ich schon diesen Aeternium fahren. Warum für 2 Gold irgendwas? Unverschämt, ne? Aber das ist wohl auch der höchste. Ich meine, einen Cutter gibt es auch keine. Aber das ist gut. Oh, nice. 465... Gerechtkeitsbumme. Fehlen dir noch 10. Aha. Hmhm. Ne, 375 brauchen wir eine. Oh, 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 nice. Nice, oh, oh, oh. Oh, oh, nice. Oh, ich warte erstmal. Boah, jetzt brauche ich erstmal eine Pause. Wuuu. Wuuu. Tja. Hm. Hm. Wir raiden, you guys. Vielleicht. Wir raiden. Bastion of Twilight. Gab's da nicht so einen Film? Twilight mit Sebastian. Gibt einfach keinen Froschstoff auf diese, auf diese Allianze hin. Tollberatskubi, lass mal rein. Oh, so viel Ere. Oh. Wird Speck. Oh. Speck. Speck, du möchtest die Schlacht nicht wirklich jetzt verlassen? Nee, es gibt mich schon mehr. Tschüss. Ah. Ich komme gleich wieder. Ich komme rein. Wo bist du? Nice. Wo bist du? Bei der Garnision. Bei der Garnision. Oh, das fällt gleich runter. Und? Einladung draußen? Ja. Nice. Wie viele Porte kriegst du? Die, wie viele Porte. Ja, wie viele Porte wirst du denen verschickt? Zehn Stück. Na, also 5,15 Euro. Das kriegst du dann aus der Reichskasse, so weil Skubi Schatzmeister ist. Wer darfst du denn Schatzmeister machen? Skubi, was möchtest du denn sonst machen? Was sagst du denn? Hast du nicht mit ihm gesprochen? Hab ich doch. Und? Ich will ja nicht. Willst du doch nicht? Ich hab noch nicht überhaupt gesagt, dass ich es machen will. Wir brauchen Schatzmeister. Okay. Deshalb nicht die Position. Wir können da nicht den... Wir brauchen Schatzmeister. Ready? Und? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hä? Da wusste... da stand doch der Termin doch gar nicht. Ja und? Ja, aber jetzt wissen wir doch nicht, ob er Donnerstag Zeit hat. Er hat doch schon geschrieben, dass er kam. Wann denn? Das muss nur nicht vor 19 Uhr sein. Das hat er geschrieben? Ja. Nein, das war jemand anders. Nein. Da gucke ich gleich mal nach. Oh, der macht da nur ein unnötiges Drama raus. Bei jedem Ding. Wenn man irgendwas haben will, dann wird er erstmal... Boah, ich weiß nicht, ob man das so machen kann. Tja, dann müssen wir mal ein bisschen. Das ist das Amt, wo der nicht reingehört. Da ist das Amt, wo der Schriftführer machen. Ich muss jetzt mal eine Schriftführer machen, so ein bisschen... Ja, das wäre, das wäre eine sinnvolle Lösung. Das wäre, das wäre eine sinnvolle Lösung für die Fluss. Dann fängt der natürlich mit diesen ganzen Pressesachen an. Ich würde es ja machen, aber als Vorsitzender ist er noch schlimmer, das kannst du dir vorstellen. Ich habe ihn ja schon gewonnen. Dann hätte ich den Haro dazu bringen müssen. Wer ist Haro? Ach, der andere, den es noch gibt. Haro halt. Unser Haro? Kennen Sie noch einen Haro? Tja. Ich meine, er schien mir gar nicht so abgeneigt zu sein, als wir ihm das mal gesagt haben. Dann müsste er da dranbleiben müssen. Ja. Was soll ich dazu sagen? Du kennst ihn doch, wenn man da nicht ständig hinterherläuft, dann wird er so. Ich dachte, er würde auch so gehen. Ja. 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 Weißt du, ob er schon die Fly gemacht hat? Keine Ahnung. Wollte er sie denn für uns alle machen? Ich wollte so ein Grundding machen, so wie ich das verstanden habe. Ist ja auch billiger, wenn man ganz viele kauft. Ich muss mal kurz chainen.